Der Familien-Tipp Augen auf beim nächsten Spaziergang! So heißt die Aktion für Familien, die Religionslehrerin Stefanie Witte mit dem Kinderkirchenteam Bischofswiesen vorbereitet hat. Auf dem Weg von Winkel über Bischofswiesen in die Strupperkirche gilt es dabei Rätsel zu verschiedenen Glaubenszeugnissen zu lösen. Unter allen Einsendungen werden drei tolle Preise verlost. Ein Sendeschluss ist der 11. Mai. Die Lösung bitte ans Fahrbüro im Bischofswiesensee. Was soll diese sehr alte Darstellung verkörpern? Wer jetzt Lust bekommen hat, unser Stiftsland zu entdecken, der startet am besten in Winkel, in der Kirche. Dort gibt es auch die Rätselblätter. Von da aus geht es dann Richtung Bischofswiesen auf dem Fußweg. Und in Bischofswiesen gibt es mehrere Stationen am Feuerwehrhaus, in der Kirche, am Pfarrhaus und neben der Apotheke. Danach überquert man die Arche auf einer kleinen Brücke, fährt danach entlang und gibt sich auf die nächste Station am Wassererweg. Dann geht es unter der Bundesstraße durch am Böckelweiher vorbei zur Kirche in der Strupp. Viel Vergnügen bei der Fahrt, die zu Fuß oder auch mit dem Rad gut machbar ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.